Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ziemlich Aber es war doch eine schreckliche Hitze, nicht wahr? Ein paar von uns steckten den Kopf unter die Pumpe Mein Haar ist nur feucht, fühl mal Wenn du den Kopf nur unter die Pumpe gesteckt hast, dann muss ja auch noch dein Kragen zu sein, den ich heute früh zusammengenäht habe Hm? Ich hätte wetten wollen, dass du wieder die Schule geschwänzt hast und schwimmen warst Hast du seinen Kragen nicht mit weißen Fahnen zusammengenäht, Tante Polly? Ja, warum ist es? Jetzt ist der Fahnen schwarz Komm! Ha! Au! Kann er denn nicht schwarz werden durch die Sonne? Du kannst den frümmsten Heiligen aus der Ruhe bringen Ja, Tante Polly Jetzt wasch mit dir ins Bett Und zwar sofort Oh! Wer Freitag die Schule schwänzt, streicht Sonnabend den Zaun an. Aber Tante Polly, wir haben doch gar keine Farbe da. Doch, es ist genug da. Ich habe vorhin drei Eimer von angerührt. Den ganzen langen Zaun? Jeden Zentimeter. Und er darf keine Latte auslassen, nicht wahr, Tante Polly? Nicht eine einzige. Ich sage den Jungs, dass du nicht schwimmen gehen darfst, weil du den Zaun anstreifen musst. Wiedersehen, Tom. Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly! Verzeih, Master Tom, aber ich nicht wollen dir wehtun. Schim, ich mache dir einen feinen Vorschlag. Wenn du unseren Zaun für mich anpinselst, zeige ich dir auch mal einen kaputten See. Zeig mal her! Au! Ahoi, Schiff, Ahoi! Ich bin der Frachtdampfer Missouri. Mit Baumwollladung versendt Louis. Halt! Maschinen, stopp! Ich wollte mit dir schwimmen gehen, Tom. Aber ich sehe, du musst arbeiten. So was nennst du Arbeit? Was ist denn das sonst? Du wirst lachen. Mir macht es Spaß. Du, lass mich dann auch mal versuchen. Nein. Bei der Innenseite wäre es mir egal. Und Tante Polly wohl auch. Aber mit der Außenseite nimmt sie schrecklich genau, Joe. Na, hab dich nicht so. Wenn ich du wäre, ich ließ dich pinseln. Krieg doch meinen Apfel. Na gut. Ach nö, das lohnt sich nicht. Das gebe ich dir noch dazu. Oh, Donnerwetter. Fantastisch. Was ist das? Ein Türklopfer, echt Gold. Ach, weißt du, so ein Türklopfer habe ich mir schon lange gewünscht, Joe. Also gut. Hier, schnell, bevor ich es mir überlege. Aber sag ja nicht zu Tante Polly. Ich nichts gesehen, Master Tom. Tante Polly! Tante Polly! Was er jetzt wieder angestellt hat. Na, was ist nun wieder los? Tantchen, darf ich jetzt schwimmen gehen? Wie viel hast du geschafft? Alles fertig. Dreimal gestrichen. Hör mal zu, Tom. Du sollst nicht schwindeln. Das mag ich nicht. Guck doch. Hm. Nun, sieh einer an. Das muss man dir lassen. Wenn du willst, kannst du arbeiten. So, nun geh spielen. Tugend belohnt sich selbst, heißt es in der Bibel. Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly! Oh, du meine Güte, Junge. Oh, arme Junge, du. Nicht weinen, Liebling, nicht weinen. Du darfst doch deinen Sonntagsantuch anziehen. Wacht nur, der Lümmel wird deine ordentliche Tracht Prügel kriegen, wenn er heimkommt. So, nun geh rein. Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly, wo warst du denn so lange? Ich hatte doch so lange die Masern. Jetzt aber nicht mehr, nein? Natürlich nicht. Denkst du, meine Mutti würde mir sonst erlauben, auf die Straße zu gehen? Wir wohnen jetzt in dem Haus. Da ist der neue Richter eingezogen. Oh, das ist deine Tochter. Eine dumme Gans. Ein richtiger Affe. Sag, Emmi, hast du jetzt auch ganz bestimmt keine Masern mehr? Nein. Warum fragst du? Du hast ja überall rote Flecken. Überall rote Flecken? Vielleicht sind das lauter Mückenstiche. Wird's wohl sein. Aber wir haben zu Hause gar keine Mücken. Mutti, Mutti! Aber wir haben, bis zu Hause. Musik Musik Tom hat eine Braut, Tom hat eine Braut Tante Volley, Tante Volley Musik 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 Und gegen zehn rosa Zettel bekommt er als Belohnung eine wundervolle Bibel. Ja, Ruhe, bitte Ruhe. Ich sagte Ruhe. Liebe Kinder, wir haben heute die unschätzbare Ehre eines Hohen Besuch. Richter Tetscher, der neu gewählte Polizeirichter unserer Stadt, verteilt heute den Bibelpreis persönlich an Sid Seuer. Komfort, Sid. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Tut mir leid, Sid, aber du wirst noch eine Woche warten müssen. Es sind zwei Zettel zu wenig. Ich weiß genau, es waren vorher noch zehn. Nun geh und setz dich wieder auf deinen Pleistik. Nun, ich glaube nicht, dass noch ein anderer unter euch die erforderlichen tausend Verse auswendig gelernt hat. Nun ja, ich habe es ja gewusst. Mr. Walters, ich bekomme eine Bibel. Ich habe die Zähnzettel. Oh, fein. Setz dich inzwischen hier aufs Podium, während ich sie zähle. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jawohl, es stimmt. Er hat wahrhaftig die nötige Zahl. Damit hat sich der tüchtige Junge seine Belohnung redlich verdient. Ja, wollen Sie so gütig sein, Herr Richter. Nun, mein gelehrter kleiner Mann, wie heißt du? Tom? Oh nein, deinen vollständigen Namen meine ich. Thomas? Einen Nachnamen hast du doch auch noch, nicht wahr? Thomas, sag dem Herrn deinen ganzen Namen und sage Herrn. Herr Thomas Seuer. Tausend Verse sind eine ganze Menge. Doch wirst du es niemals bereuen, sie gelernt zu haben, Tom. Du kennst doch sicher auch die Namen der zwölf Apostel. Nun nenne mir die ersten zwei. Nicht schüchtern sein, Thomas, antworte dem Herrn Richter. Der arme Junge fürchtet sich, aber mir wird das sagen. Nun, die Namen der ersten zwei Apostel waren, waren... Adam und Eva. Warum darfst, fröhlich, uns den Tag beginnen? Denn ein Lied macht die Herzen so frei. Hey! Thomas Seuer? Ja, Mr. Dobbins. Kommt zu mir her! Nun, mein Bürschchen, warum bist du zu spät gekommen? Soll ich dich zur Strafe wieder zu den Mädchen setzen? Nein, nicht Mr. Dobbins. Na, dann hast du wohl eine triftige Entschuldigung für dein zu spät kommen. Ich hatte eine Verabredung mit Hook Finn. Ah, mit Hook Finn? Was? Du gibst dich mit diesem Lümmel ab? Ja, ich... Ach, du lause Junge. Geh und setz dich zu den Mädchen. Das ist doch... Wir beginnen mit der Multiplikation. Multiplikation. Ich gebe euch genau zwei Minuten Zeit, um die Lösung auf eure Tafel zu schreiben. Okay. Der Bus wo geht? Also, da ist euch. Hast du fein gemacht? Was? 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 Wer hat das gezeichnet? Wer hat das gezeichnet? Ist das deine Tafelhaber? Deine Lehre? Willi Fischer, deine? Nein. Benjamin Rogers? Rebecca Tetscher! Ist es deine? Nein? Sieh mir in die Augen. Hast du das gezeichnet? Antworten! Nein? Gut, das werden wir gleich sehen. Kommt vor, Rebecca Tetscher! Ich war's! Was? Ja, ich bin's gewesen. Komm hier vor, Thomas Seuer! Ich war's. Ja, ich bin's. Und ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Wir fahren da fort, wo wir unterbrochen wollen. Ihr habt noch genau 32 Sekunden Zeit, um die Aufgaben zu lösen. Wie können Sie so gut sein? Tom, du bist ein Cavalier. Tom, du bist ein Cavalier. Tom, du bist ein Cavalier. Na, Tom? Na, Becky? Hast du Ratten gerne? Nein, pfui. Ich meine keine Lebendigen, ich meine Tote, die man so um den Kopf schleudern kann. Nein, auch Tote ratten mag, aber ich mag Kaugummi. Becky, warst du schon mal verlobt? Was ist das? Na, wenn man einen Bräutigam hat. Nein. Möchtest du einen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Wozu ist denn der? Ja, zum, äh, heiraten. Weißt du noch, was auf meiner Tafel stand? Ja. Man sagt sich das leise ins Ohr und dann ist man gleich verlobt. Nein, nicht jetzt. Vielleicht ein andermal. Morgen. Bitte, Becky, ich werde es dir ins Ohr flüstern, damit es niemand hört. Ich liebe dich. Du musst es zu mir sagen. Dreh dich um und nicht gucken, dann sag ich's zu dir. Au! Du sollst nicht gucken. So, jetzt kommt noch der Kuss. Kuss? Wozu denn Kuss? Weil, weil... Nun, das gehört dazu. Bitte, Becky. Du darfst dich nicht fürchten. Es geht ganz schnell. Bitte, Becky. Bitte. So, das ist alles. Von nun an darfst du nur noch mich heiraten, Becky, und sonst niemand. Verstanden? Ja, aber du darfst auch keine andere Frau heiraten als mich. Natürlich nicht, das verspreche ich dir. Ich wusste gar nicht, dass Verlobungsspielen so schön ist. Es ist immer so schön, als ich mit Emmi Laurens Braut und Bräutigam... Emmi Laurens? Du und Emmi Laurens? Oh, Tom, ich bin nicht das erste Mädchen, mit dem du dich verlobt hast. Weine nicht, Becky. Es ist doch schon eine Weile her. Weg. Hier, ich schenke dir etwas. Ich will gar nichts haben. Ein Türklopfer ist es aus lauter Gold. Bitte, Becky. Nimm ihn doch. Hier. Jetzt gebe ich dir meinen kostbarsten Schatz. Guck doch. Ah! Da, Guck. Hey! Warte mal, Tom. Was hast du denn im Sack? Eine tote Katze. Wozu kann man denn tote Katzen gebrauchen? Wozu? Man bringt Warzen damit weg. Bringt Warzen damit weg? Ja, wie denn? Du steckst die Katze in einen Sack und gehst um Mitternacht auf den Friedhof damit, wenn gerade ein Verbrecher begraben wurde. Wenn dann der Teufel kommt, um den Kerl abzuholen, schmeißt du die Katze hinterher und sagst, Teufel folgt Leiche, Katze folgt Teufel, Warze folgt Katze, Abracadabra. Da verschwindet jede Warze. Wann willst du das versuchen, Guck? Heute. Da begraben sie den alten Pistolen-Gym. Ich nehme an, der Teufel holt ihn um Mitternacht. Pistolen-Gym? War der auch böse genug? Oh ja. Er war der böseste Mann in der Stadt hier, seit mein Vater nicht mehr da ist. Darf ich nicht mitgehen? Ja, wenn du dich nicht fürchtest. Ich und fürchten? So, ich werde jetzt angeln gehen. Und du mach nur, dass du in deine Schule kommst. Ich warte auf dich um Mitternacht. Machst du wieder Miau? Na schön, aber du musst wieder miauen, doch verschlaf nicht. Letztes Mal sind 8 Katzen gekommen, bloß du nicht. Miau! 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 O-Keh! Oh mo anos! Mama, du weißt wie du der fürchte spectacular habe ich gerne. Wja! Wjaa! Sie tun dir nichts, wenn du nicht auf sie auftrittst. Wir sind geliefert. Kannst du beten? Ich will es versuchen. Müde bin ich, geh zur Hoheschwiese, beide Augen zu Vater. Mensch, das sind gar keine Teufel. Das ist Muff Potter. Ja, und schon wieder betrunken. Das ist Dr. Horvinson. Die stehlen eine Leiche. Und Indianer schon. Der Teufel ist mir lieber als der. Blick ihn auf den Kahn und war los. Nun mach schon. Erst will ich mein Geld. Du kriegst dein Geld, wenn du mit der Arbeit fertig bist. Vorher nicht. Für einen Leichenräuber sind sie ja reichlich großschnauzig. Ich will jetzt mein Geld. Nächste Woche wieder. Und danach noch mal. Du willst mich erpressen, du räudiger Hund! Halt mich auf! Wer kann auch nicht? Warten wir halt! Oh, wer kann auch nicht. Bist du mit einer Leichenräuber, in der Leichenräuber, in der Leichenräuber verursachtest. Der Leiche, der Leichenräuber warst du. Du kommst dich sie nicht. Und dann noch mal. Oh, Gott, mein Geld. Muff, komm zu dir, Muff. Du musst ja schleunigst weg. Was ist passiert? So, so, das wollte ich wirklich nicht. Natürlich wolltest du das nicht, Muff. Huck, ob wir das anzeigen müssen? Damit er uns umlegt? Indiana Joe, dieser Halunke, würde uns wie ein paar junge Katzen ersäufen, wenn wir ihn verpfeifen. Hör zu, Huck. Er will uns schwören, für alle Zeit darüber zu schweigen. Hier meine Hand. Nein, das genügt für gewöhnliche Dinge. Aber bei so einer Sache muss es schriftlich sein und mit Blut besiegeln. Ja, und mit dem Haufen Schwüre. Huck, Finn und Tom Sawyer schwören, dass sie den Mund halten werden und tot umfallen und verfaulen wollen, wenn sie es jemals erzählen. Hey, es hat keinen Zweck, an die Tür zu klopfen. Der Doktor war die ganze Nacht nicht zu Hause. Tante Polly? Wie mal, so sitzt er schon da, seit er aus der Schule zurück ist. Tom, sag mir, was dich bedrückt, Tom. Nichts? Nun, halt dich nicht auf, ich muss Abendessen machen. Was hast du? Nicht schon? Gar nichts habe ich, lass mich. Na, ich weiß, was dich voriert. Schmerzenstöter? Schmerzenstöter, doppelte Dosis und zwar gleich. Du hast heute Nacht einen Quatsch gefaselt, Tom. Blut, hast du immer gesagt. Und dann noch, ich schwöre, ich sage nicht. Was willst du nicht sagen? Quatsch! So, das wirst du jetzt schlucken. Das kuriert alles. Los, Mund auf. Ich sage Mund auf. Ja, schön tief atmen. Zur Belohnung bekommst du noch einen zweiten Löffel. Hier, führ nämlich schnell ab. Schlucken. 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 Bitte mich lieber nicht darum, Peter. Ich warne dich. Es schmeckt nicht besonders. Na, schön. Dann versuch's mal. Aber wenn es dir nicht schmeckt, darfst du mir keine Vorwürfe machen, Peter. Hörst du? Oh, mein Gott. Tom! Sag mal, was ist los mit der Katze? Keine Ahnung, Tante Polly. So habe ich sie noch nie gesehen. Warum hat sie so miauht? Katzen sind immer so, wenn sie vergnügt und lustig sind. Ach nein, was du nicht sagst. Hast du ihr etwa von dem Schmerzenstöter gegeben? Du, sieh mir in die Augen. Oh. Tom, antworte. Wie kommst du dazu, das Tier so zu quälen? Sie sollte auch mal wissen, wie es ist, wenn man eine Tante hat. Eine Tante hat dummes Zeug. Was hat das damit zu tun? Weil ich ihr auch eine Tante wünsche, die ihr mit dem verdammten Schmerzenstöter gefühllos die Eingeweide ausbrennt. Aber Tom, man darf Tiere doch nicht so quälen. Was so ein Tier quält, kann einen Menschen genauso quälen, Tante Polly. Aber Tom, es tat sie doch gut, nicht? Ihr tat es auch gut. Sie war noch niemals so quietschverübt. Ach, sei nicht so empfindlich. Du kannst einem auf die Nerven gehen. Au, wenn Sitz Zucker nimmt, kriegt er keine Haue. Nun, Sitz ist doch nicht so ungezogen, wie du's bist. Es war gar nicht Tom, Tante Polly. Diesmal war es Sitz. Ach, na, ein Schlag mehr oder weniger, schadet mich. Du hast sowieso für deine Streiche immer zu wenig gekriegt. Ach, das ist doch, weiß Gott. 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 Gehst du nicht zum Kinderfest heute? Quatsch, Kinderfest. Hier im Korb habe ich eine riesige Portion Kartoffelsalat und Schokoladentorte. Wenn ich mich ertränken werde, wird es Ihnen schon leid tun. Wenn, Rogers bringt Regenwürmer mit. Die wollen wir dem Mädchen hinten in den Halsaufschnitt tun. Wenn Sie im Fluss meine Leiche ganz tot und nah fliegen sehen, dann werden Sie weinen und faulig sein. Meine Mutter wollte mich verhauen, wenn ich heute keine Schuhe anziehe. Schlägt mich wie ein Hund, wie ein räudigen alten Köter. Schuhe. Als wenn ich von ganz dicker Schnee lege. Mich zu quälen mit Schmerzstöter. Die Füße einzuzwingen. Ich möchte am liebsten davonrennen. Ja, ich auch. Hä? Wir brauchen nie mehr Schuhe zu tragen. Wir können tausend Meilen weit fliegen. Und durch die ganze Welt ziehen. Huckfinn muss auch mitkommen. Das können wir auch gleich bloß mitnehmen. Ich bin Captain Merrill. Der einäugige Schrecken des Mississippi. Wer nicht da schätzen gräbt, begeht Meuterei. Und wird aufgeknüpft. Und willst du mich von zum zehnten Mal aufknüpfen? Ich hab jetzt genug von der Meuterei. Du bist ein Schlappschwanz, aber kein Seeräuber. Es ist eine Schande. Warum lässt du mich nicht als Eremit leben, wie ich's wollte? Na gut dann. Wer der Eremit? Ich war's, der Reicher! Sieh dich in deine Höhle zurück. Los! Hey, Joe! Was ist das? Das ist doch kein Donner. Red nicht, hör doch. Dort! Da muss wer ertrunken sein. Sie schießen das Wasser, damit die Leiche an die Oberfläche kommt. Mehr Backbord! In der Bucht da drüben müssen wir suchen. Mensch, könnte ich doch bloß rauskriegen, wer da ertrunken ist. Okay. Ich werde die Suche nach Dr. Robinson. Wir müssen noch weiter Strom abwärts fahren, zu der Stelle, wo das Bloß gefunden wurde. Woher willst du denn wissen, dass es das Bloß von den Jungen war? Weil die Schuhe von Joe Harper noch drauf waren, du Trottel. Weißt du, wer ertrunken ist? Hier! Oh! Herzliches Beileid! Joe? Oh Joe! Ja? Was möchtest du sein, wenn du nach Hause kommst? Du meinst, wir wollen wieder nach Hause zurück? In 15 oder 20 Jahren mal vielleicht. Oh, noch 20 Jahre. Wenn ich denke, dann bin ich General. Und dann komme ich zurück mit vielen Orden und Medaillen und... Vielleicht habe ich nur noch ein Bein. Mein Großvater hatte auch so ein Bein. Aber vielleicht gehe ich auch nach dem Westen zu den Indianern. Und dann werde ich bei ihnen vielleicht Häuptling mit Federn und Kriegsbemalung und überfalle die Sonntagsschule. Bevor wir zur Sonntagsschule gingen, machte uns Mutter immer Eierkuchen mit Marmelade. Ich hab's. Ich mag Piracho. Dann segle ich bis vor die Stadt mit meinen Enterhaken und meinen Pistolen und alle würden zittern und sagen, Tom Sawyer, der Schrecken des Ozeans, kommt wieder nach Haus. Ach ja, wieder nach Hause. Mutter gab mir sogar ein Federbett. Na, jedenfalls brauchen wir morgens nicht mehr das laute Sprechen und das elende Geschirrklappern zu hören, das Lachen und Singen. Meine Mutter lacht morgens nicht, aber sie singt nicht viel Lieder. Aber man kann doch nirgends so gut schwimmen wie hier, nicht, Joe? Aber es macht gar keinen Spaß zu schwimmen, wenn es dir niemand verbietet. Ich könnte es dir ja dann verbieten, Joe. Ich will aber, dass es mir meine Mutter verbietet. Ich Perdue. Untertitelung. BR 2018 Dass wir unsere Jungen nie wieder sehen sollen. Oh, Mrs. Harper. Ich habe ein Gedicht verfasst, Mrs. Harper, für Ihren Joe und unseren Porn. Ach, ließ es vor, Kind. Unseren ertrunkenen Jungen von Mary Josephine Seuer. Oh weh, gebrochen sind heute unsere Herzen. Oh weh, und unser Unglück unermesslich. Haben Sie auch oft uns Kummer angetan und Schmerzen. Jungen bleiben Jungen und auf immer unvergesslich. Bitte fassen Sie sich doch. Sie machen sich ja ganz kaputt, meine Gute. Ach, ich hatte ja noch Hoffnung, bis Sie das Floh stammten mit Jungen und Schuhen. Ach, wenn ich ihm bloß nicht immer so ausgezahmte. Ich wette, es war Tom schuld. Bitte, und es steht ein Wort gegen unseren armen Tom zu sagen. Jetzt, wo er tot ist. Geh zu Bett. Ja, Tapa, Pomi. Mrs. Harper, I don't know how I can go on without my time. And the last words I ever heard him say. Tante Polly, meinst du nicht, dass es besser für dich ist, wenn du dich jetzt schlafen lässt? Ich glaube auch, es ist besser. Ich bin schon ganz erledigt. Ja, versuchen Sie ein bisschen zu schlafen, Tante Polly. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Tante Polly. Gute Nacht. Oh Gott, in deiner allgegenwärtigen Melide und Güte, dich auf Straße verdient. Sieh, du Herr, das weiß ich. Aber bitte straf mich nicht so. Bitte gebt, dass ihre kleinen Leichen gefunden werden, dass ich wenigstens noch ein letztes Mal das Gesicht meines lieben kleinen Tom sehen kann. Amen. 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 Was ist denn? Warum gehst du nicht schlafen? Ich nicht kann es mehr, ich muss immer denken an trauerfreier Sonntag. Du darfst nicht immer an Sonntag denken. Geh jetzt und lass dich schlafen sehen. Ja, ich will es versuchen. Musik Musik Amen. Don't worry. Don't worry. Was tust du hier? Du weißt doch, du wirst gesucht. Aber die Jungen waren doch meine Freunde. Du hast dein Versteck nicht zu verlassen. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um das Andenken dreier junger, prächtiger Menschen zu ehren. Die in der ersten Blüte ihrer Jugend von uns genommen wurden. Welch ein Muster vorbildlicher Folgsamkeit war, Josef Vater. Immer das Stolz und das Trost seiner lieben Mutter. Immer bedacht auf eine gute und saubere Kleidung. Doch lasset uns froh sein bei der Gewissheit, dass er nun himmlische Kleidung trägt. Und Thomas Säuer. Ich will jetzt nicht von seiner Anhänglichkeit gleichermaßen zum Mensch und mir sprechen. Und auch nicht von dem unermüdlichen Eifer, mit dem er seine häuslichen Flüsten erfüllte. Es genügt, einige Worte aus unserer Zeitung zu wiederholen. Sein Leben war Sanftmut und die Grundelemente seines Wesens waren Fröhlichkeit und Gottesfrucht. So dass wir mit Fug und Recht sagen dürfen, das war ein Junge. Und zuletzt, meine Freunde, aber keineswegs ein Gering. Den Jungen, den wir alle lieben gelernt haben. Das unglückliche, aber teure Kind der Natur. Genannt Huck Finn. Wie taffer überwann er die Belastungen, die seine Herkunft mit sich brachte. Wie vortrefflich entwickelte er sich zu einem nützlichen Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Aber ach, die drei jungen Menschenleben haben nunmehr den großen Strom überquert und die ewigen Gefilde erreicht. Und nun schreiten sie vereint, vereint durch das... Oh, Tom, Tante Polly! Meine liebes Junge, wie bin ich? Oh, zu! Oh, zu! Sie hat euch gerettet. Überhaupt keiner. Sie haben nur Piraten gespielt. Piraten gespielt? Und so zum Narren zu halten. Na, wenn das meine Jungs wären, denen würde ich das Fell versuchen. Ja, sehr richtig. Der Allmächtige hat sie uns gesund zurückgegeben. Lasset uns dafür danken. Wings und Frau Locke! Piraten spielen! Komm du mir nur nach Haus! Der Allmächtige hat sie uns gesund zurückgegeben. Der Allmächtige hat sie uns gesund zurückgegeben. Und du bist auf dem Sofa. Und du sitzt auf der Truhe gehockt. Und Joe Harpers Mutter war hier. Sie war wirklich hier! Träumte weiter, dass Mrs. Harper sagte, sie hätte nur so lange gehofft bis, bis das Fluss gefunden wurde mit Joe's... Versuch dich zu erinnern, Tom! Mit Joe's Schuhen! Ja, das waren ihre Worte. Oh! Erzähle weiter, Tom! Oh, jetzt sehe ich es plötzlich ganz deutlich. Sitz sagte, ich höre es ganz deutlich. Ich wette, das war Toms Schuld. Allmächtige, genau so waren seine Worte. Und du hast ihm den Mund verboten. Allerdings, das tat ich. Und dann gingst du zu Bett. Nun sagt mir noch einer, dass Träume Schäume sind. Der muss sich doch stehenden Fußes zu Mrs. Harper laufen und ihr davon erzählen. Oh, jetzt sehe ich alles plötzlich ganz deutlich. Quatsch! Na, so war es doch, oder vielleicht nicht? Mich kannst du nicht verkohlen. Auf den Traum, der so genau stimmt, fall ich nicht rein. Sitz! Äh, jetzt ist dein Leben geschossen. Tom! Wo bist du, Tom? Ich möchte dir am liebsten das Fell über die Ohren ziehen, du Lümmel, du! Au! Was habe ich denn getan, Tante Polly? Da geh ich nun rüber zu Mrs. Harper mit allem Gefahr, zu von deinem Traum. Und dabei hat sie von so längst erfahren, dass du hier warst in jener Nacht und alles gehört hast, was wir gesprochen haben. Oh, na hör, was soll aus dir noch werden, wenn du so schwindelst, Tom? Ich weiß, ich habe geschwindelt, Tante Polly. Aber ich wollte es nicht, glaub mir. Ganz ehrlich, ich bin in jener Nacht nicht gekommen, um euch zu belauschen, Tante. Na, warum bist du denn sonst gekommen? Ich wollte dir doch nur Bescheid sagen, dass wir nicht ertrunken sind. Ich gebe was drum, wenn ich das nur glauben könnte. Aber es ist nicht glaubhaft. Sonst hättest du dich doch bemerkbar gemacht. Ja, als von der Trauerfeier gesprochen wurde, hatte ich die Idee, mich in der Kirche zu verstecken. Ich packte die Rinde in meine Tasche und schlich wieder weg. Rinde? Was für eine Rinde? Auf die ich geschrieben hatte, dass wir unter die See rüber gingen. Sie steckt noch in meiner Jacke in der Tasche. Du kannst nachsinnen, wenn du mir nicht glaubst. Ich wünschte, du wärst aufgewacht, als ich dich küsste, Tante. Ja, wirklich. Du hast mich geküsst? Wirklich, Tom? Ja, Tante Polly, das habe ich. Warum hast du mich geküsst? Weil ich dich so lieb habe. Du tatest mir leid, wie du so da lagst und stöhntest. Küss mich noch mal, Tom. Jetzt geh zur Schule. Und ärgere mich nicht wieder so. Ätsch, alter Schwindelfritze. Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly! Ich habe nie jemandem was getan. Das weiß doch jeder hier. Ich kann mich auf gar nichts besinnen. Und mich soll der Blitz verschlagen, wenn ich's war. Hallo, Tom! Sie haben die Leiche vom Doktor gefunden und Muff verhaftet. Aber er hat ihn nicht getötet. Aber der Indianer hat erzählt, dass Muff es war. Schwindel, er hat ihn nicht! Was sollen wir jetzt bloß tun? Tun? Gar nichts! Willst du auf der Stelle tot umfallen, Huck? Und verfaulen? Nein. Nein. Ich eröffne die Verhandlung. Mordanklage des Staates Missouri gegen Clarence Potter. Bekannt unter dem Namen Muff Potter. Dr. Robinsons Tod ist durch eine Herzwunde herbeigeführt worden. Durch einen Stich mit einem Messer. Ja, das Messer gehört Muff Potter. Ich hab's ihm erst neulich verkauft. Jawohl, Muff hat ihn erstochen. Ich hab hier ganz dicht daneben gestanden. Das genügt. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Herr Richter, ich bitte um Vertragung. Bis morgen früh. Vertragung? Warum? Wegen meiner Verteidigungsrede. Sie wird den Angeklagten entlasten. Haben Sie keine Entlastungszeugen? Wir haben keine finden können. Ihr Muff, hier bricht ihr ein Päckchen Tabak. Hier sind doch Züntherin, Sir. Ich danke euch, Jungs. So war noch keiner zu mir. Ihr zwei seid besser als die anderen. Ich habe vorhin erst wieder zu mir gesagt, da hast du nun den Jungs immer so gute Fischplätze gezeigt und mit ihnen allerhand ausgeheckt. Und jetzt, wo ich in der Patsche sitze, vergessen sie mich. Aber Tom und Huck lassen ihren alten Muff nicht im Stich. Das werde ich euch nie vergessen. Es tut einem wohl, wenn man Freunde hat, die sich um einen kümmern, wenn man so im Dreck sitzt wie ich. Und wenn man in so freundliche Gesichter gucken kann. Kommt. Kommt. Hinten eure kleinen Hände. Oh, kleine Hände. Aber sie helfen dem alten Potter. Und sie würden ihm noch mehr helfen, wenn sie es könnten. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu wahr mir. Gott helfe. Thomas Sawyer, wo bist du am 17. Juni um Mitternacht gewesen? Wo warst du in der Nacht um 12 Uhr am 17. Juni? Auf dem Friedhof. Sprich lauter, mein Junge. Hab keine Angst. Du warst wo? Auf dem Friedhof. Was wolltest du dort um Mitternacht? Ich brachte eine tote Katze hin. Und was wolltest du mit der toten Katze dort? Wir wollten damit unsere Warzen loswerden. Das ist so. Sie nehmen die Katze und gehen da mit um Mitternacht auf den Friedhof, den gerade ein böse Mann begraben worden ist. Herr Anwalt, wenn wir schon dieses alberne Geschwätz über uns ergehen lassen müssen, so verraten Sie uns wenigstens, wo das Corpus Delicti ist. Die sterblichen Überreste der Katze können wir Ihnen zeigen. Also, als du auf dem Friedhof gewesen bist, warst du da in der Nähe von Pistolen Jims Graz? Ja, Herr. Sprich lauter. Wie weit warst du da vom Grab entfernt? So weit wie jetzt von Ihnen. Hattest du dich versteckt? Ja oder nein? Ja, versteckt. Wo? Hinter einem Baum saß ich. Aha. Und nun, mein Junge, erzähl uns, was du gesehen hast. Erzähl alles ganz genau. Verschweige nicht und hab keine Angst. Wir haben es gesehen. Muff hat den Doktor nicht getötet. Muff wurde in Niedergeschlagen und lag bewusstlos da. Der Mörder war... Erzähl alles т Der Tag ist so schön, kein Wäldchen zu sehen, rumfahren wir hinaus in die Welt. Du, Tom, ich habe etwas zu tun. Durch Felder und... Kommt, Kinder, jetzt wollen wir die Höhle besichtigen. Folgt mir alle. Kommt alle her, Kinder, holt euch Kerzen. In der Höhle ist es dunkel. So. Aber immer hübsch zusammenbleiben, damit ihr euch nicht verliert. Und Vorsicht. So, wartet auf uns. Tom, wartet doch auf Sie und mich. Tom! Becky, komm schnell, hier finden Sie uns nicht. Oh, guck mal, Becky. Der Wasserfall. Oh, wie Goldregen. Ah. Das ist wie ein Märchenland. Tom, geh nur drunter durch, du wirst dich nackt. Danke. Erst sagen, was drin ist. Kuchen, aber den essen wir erst nachher. Nein, den esse ich gleich. Wiedersehen. Tom, gib ihn her. Tom! Tom, gib mir meinen Kuchen wieder. Tom, gib mir meinen Kuchen wieder. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich esse ihn nicht aus, Becky. Dann kannst du ihn behalten, Tom. Es ist so still hier, Tom. Ich höre die anderen gar nicht mehr. Ja, wir wollen lieber umkehren. Sieh mal, Becky. Ist das nicht ein richtiger Königstron? Ja, wir müssen uns beeilen. Die anderen warten sich ja schon. Hier geht's lang. Kommt alle her, Kinder. Es ist Zeit, heimzugehen. Beeilt euch. Es wird draußen schon dunkel. Fledermäuse, pass auf, Becky. Lass uns mich nicht die kleine Haare verhaken. Mit Shane geht's. Mit Shane geht's. Mit Shane geht's. Oh, Tom. Da ist ja wieder der Königstron. Wir müssen im Kreis gegangen sein. Tom. Vielleicht gibt es zwei davon. Wir haben uns verirrt. Aber das war doch der Weg. Dann sind wir bloß nicht so weit reingelaufen. Hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Das brauchst du auch nicht. Wenn du da bist, fürchte ich... Keine Sorge. Ich krieg dich hier schon raus. Ich hab ja auch keine Angst gehabt, als Indiana Jones ein Deutsch nach mir geworfen hat. Mit jedem anderen Jungen würde ich mich fürchten, aber mit dir nicht. Ja. Tom! Was war das? Was denkst du? Komm, krieg durch. Ich halte ihn schnell. Oh, die Angst. Ob uns die anderen sonst suchen? Bestimmt, Becky. Halt mal. Miss Schenke! Miss Beschäuer! Miss Schenke! Miss Beschäuer! Es hat mir nicht wehgetan. Leuchte doch mal, Becky. Warum zitterst du denn so? Ja, das seid ihr ja. Es war wunderbar. Komm runter, Sitz. Wo ist Tom? Tom? Er muss auf dem anderen Wagen sein. Tom! Tom! Ist er hier? Nein, hier ist er auch nicht. Das ist ja merkwürdig. Auf dem Wagen ist er auch nicht. Ich habe ihn zuletzt mit Becky Tetscher gesehen. In der Höhle. Dann frag doch mal Becky. Becky! 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 Nicht hier. Is Becky Tetscher in your Wagen? Becky? Becky! No, she's not here. Sie müssen noch in der Höhle sein. In der Höhle? Sie haben sich in der Höhle verirrt. Die armen Kinder. Sie sind noch in der Höhle. Ganz allein in der Höhle, oh Gott. Markiert die Schmerzen, die ihr gebt, damit ihr euch wieder zurückfindet. Halt euch in mehrere Gruppen auf. Alle Winkel richtig ableuchten. Unwärtspotaten. Das ist nicht so, dass wir da sind. Es ist nichts hier, Jed. Es muss sich nicht so weit verblüht werden. Komm schon. Halt, Augenblick mal. Hier scheint man unter den Felgen durchgehen zu können. Ich sehe Fußspuren. Fußspuren, von hier her. Das sind bestimmt Ihre. Ich war schon über 100 Mal in der Höhle, aber so weit noch nie. Kommt weiter. Becky! Becky! Tom! Tom! Becky! Tom! Moment, ich feuere einen Schuss ab. Hast du gehört? Das sind sie. Sie suchen uns. Jetzt wird ihr gerettet. Miss Trinkins! Mr. Charles! Miss Trinkins! Mr. Charles! Hier sind wir! Miss Trinkins! Das war doch ruhig. Miss Trinkins! Sie ruft, das ist Tom. Richter Thatcher! Hier! Becky Schleifel, hier müssen Sie durchgekrochen sein. Kommt mit! Vorsicht, Richter! Vorsicht! Vorsicht! Ja, geht schon. Komm. 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 Tom. Sie kennt mich. Jetzt kommen Sie nicht mehr raus. Was machen Sie bloß? Was soll jetzt werden? Da gibt es keine Rettung mehr. Hoffnungslos. Die Steine kriegt keiner weg. Das war nicht. Begge, Sie müssen. Bitte, nicht. Ich kann gar nicht so sagen. Wenn nur meine Mutter zu 셋线. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 And I know... Yeah, I know... Wir müssen den Ausgang finden! Komm, Becky, komm! Becci! Becci! Dein Licht! Guck! Sieh auf! Bitte, Becci! Komm mit! Dann warte hier! Ich komm gleich zurück! Becci! Ich fühle dich! Becci! 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 Der Bissi! Becci! Ich faint junger! Bistci Bissi! Bistci Bissi! Ha ha ha! Hey! Baissi Bissi! Oh ho! Hey! Ich bin Bercom. Becci, Sie sind gerettet, Becci! Becci, ich kann dich holen! Und dann ging dieser tapfere Junge wieder zurück zu Becci, in die schreckliche finstere Höhle. Und mutig und unverzagt brachte er Becci aus dem Labyrinth heraus. Kein gewöhnlicher Junge hätte so gehandelt. Kein anderer hätte so etwas zu Wege gebracht als der Prachtjunge Tom Sawyer. Wo ist Tom? Wo ist er? Weggesgangen mit Hucki Finn. Hier bringe ich ihn. Und auch den Huck. Sie sind Millionäre. Tom und Huck haben den Schatz vom Seeräuber Mördel gefunden. Nicht vergessen, wir sind verlobt. Kommt nun Kinder, es gibt Kirschtorte. Ich sehe schon, Tom wird eines schönen Tages noch Präsident. Tante Polly, komm Hand auf, wenn er bis dahin nicht zu viel ausfrisst. Kommt unter uns mal einvühst. Kommt nun na gehst, dann geht es für 30 distributions. knowet dazu. Ich persönlich immer buse. Und so bin ich sicher nicht? Ich sehe noch mal, falls weiter dégültig ohne sich. Und dann lleg inse, wenn ich auf da Facebook habe. Es tut mir ist. So mei новые Dumne wäre mir können. ich freue mich nicht veraluuszig auf uns ... qualify lotta. Vielen Dank.